Was sind Ihre Anwalt für dieses Jahrs Academy in Engelberg über Personalized Medicine? Ich hoffe, dass wir lernen, was in diesem Bereich passiert und was die Menschen gerade jetzt recherchieren. Ich denke, allein die Möglichkeit, dass es öffentliche, zugängliche Veranstaltungen gibt, wo man sich informieren kann über den neuesten Stand der DNA-Forschung und dieses Zusammenwirken mit dem Phänotyp und dem Genotyp, mal zu sehen, was da die Wissenschaft dazu meint. Ich habe viel über diese Akademie gehört und habe vorhin gezwungen, aber ich konnte nicht kommen. Aber dieses Jahr ist das Thema sehr heiß und ich erwarte viel. Es kommen sehr famous Leute. Meine hauptsächliche Motivation besteht darin, dass die Frage der Personalized Medicine eine der ganz zentralen und auch die Zukunft mitbestimmenden Fragen ist. Und meine Erfahrung mit der Academia Engelberg ist die, dass hier Top-Experten zu diesen Fragen zusammenkommen und dass wir hier auf der einen Seite über den aktuellen Stand der Forschung und auf der anderen Seite auch über die spezifischen Fragestellungen, auch ethische Fragestellungen, gesellschaftspolitische Fragestellungen in diesem Zusammenhang erfahren werden. Meine expectations für die Konferenz sind, was andere Menschen wissen, über Personalized Medicine in particular, was kind of Interesse sie haben, um Personalized Medicine in ihrer profession. Ich komme aus einem Unternehmen, die besonders in Personalized Medicine ist, also ich bin sehr stolz darauf, zu sehen, was andere Menschen denken. Es ist wirklich ein IMPACT auf die Zukunft der Medizin, die Betriebe der Patienten in einer optimistischen Art und so weiter. Was sind für Sie die wichtigsten Ergebnisse in Personalized Medicine? Ich denke, das ist für mich, um die Medizin mehr effektiv zu machen, damit die Menschen nur richtig behandelt werden können, und nicht in einer generellen Art und Weise wie wir jetzt machen. Also natürlich ganz spezifisch, was die menschliche Gesundheit für Fortschritte machen könnte in dieser Hinsicht. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Das ist ja eine Frage, die erst eigentlich am Aufkommen ist. und im Augenblick sehen wir nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Gefahren dieser Entwicklung und wie die Entwicklung tatsächlich verlaufen wird. Da hoffe ich mir von dieser Tagung hier in Engelberg ein wenig Aufschlüsse, dass wir das feststellen können. Ich denke, wir sind gerade in der Beginn der Personalized Medicine. Wir haben gerade angefangen. Wir haben ein paar Beispiele, wo Personalized Medicine hat einen Einblick auf die Veränderung auf der Therapie der Patienten. Und ich denke, da werden viel mehr kommen in den nächsten Jahren. Ich denke, ich bin insbesondere über die Pharmacogenetics, wo die Menschen wirklich benötigen, von Optimized Treatment, durch den Faktor genetischen Faktoren, in den Metabolismus von bestimmten Drücken, können die Physikerin helfen, zu wählen, zu wählen, zu wählen, zu wählen, für den richtigen Patienten. Ich denke, dass das wichtigste, vielleicht das wichtigste, ist, die Möglichkeit, für Sie und ich, die Mitgliedstaaten, zu bekommen, zu bekommen, zu erhalten, zu unseren genetischen Informationen. Die Empowerung der Mitgliedstaaten zu beantworten, in nicht nur zu verstehen, was der Genome ist, aber auch die Implication. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wir können die Chance zu haben, zu influenzieren, unser Zukunft der Gesundheit, nicht nur durch die Sport, zu essen, nicht zu schießen, aber auch, zu sagen, dass ich meine genetische Hintergründe was soll ich machen, zu helfen? Diese Abilität zu helfen, dank der Wissen, das ist das größte Achievement. Die Generationen sind sehr engagiert, in die Wissenschaften? Ja, ich denke so, weil der Rolle der Medien und die Globalisierung und die neue Generationen kann nicht ohne Wissenschaft leben, denn Wissenschaft ist in allen Teilen unserer Leben heute. So, wenn sie nicht folgen von Wissenschaften folgen, wir haben Wissenschaften in terms von Technologien, in terms von wie wenn jemand fällt, wie es ist. Es ist so sehr wichtig, dass normaler Menschen sind knowledgeable von Wissenschaften. Aber dass das Engagement leden für eine mehr produktive Zukunft ist, ist ein bisschen questionable, und es verändert sich von country zu country. Wie sind sie die Wissenschaften für ein healthierer Leben? So, das ist etwas das die Generation sollte sich engagieren. Otherwise, their knowledge und their awareness all over the world ist high. I think todays youths are very interested in technology, probably not enough in science. I think that we could, however, through technology encourage them to be more excited about science. Personalized genomics, for example, might be a way, again, to excite our youth through sites like 23andMe, patients like me, where they like to participate, they like to exchange. We could have here an opportunity for them to learn about science and exchange about science and therefore get more interested by knowing more.